Balterich von Burkiel war ein französischer Abt, Bischof, Schriftsteller und Dichter im 11. und 12. Jahrhundert. Leben Balterich wurde im Jahr 1046 in Meung-sur-Lore, einige Kilometer flussabwärts von Orleans, geboren. Er stammte aus einer Familie mittlerer Provenienz, über die nur wenig bekannt ist. Nach ersten Studien in Angers bei einem gewissen Meister Hubert stellte sich Balterichs Talent für die Musen. Speziell für die Dichtkunst in klassischer Tradition heraus. Zu seinen weiteren Lehrern zählen auch ein Reinald, Marbode und Frodo und eventuell auch der berühmte Beringer von Thurs. Balterich wurde Benediktiner Mönch und avancierte 1079 zum Prior des Klosters St. Pierre in Burkiel. Der Konvent lag gegenüber der Mündung der Vienne am rechten Ufer der Lore zwischen Thurs und Saumor. Im Jahr 1089 wurde er vom dortigen Kapitel zum Abt des Klosters gewählt. In die Jahre seines Appatiates zwischen 1089 und 1107 fällt die reichste literarische Schaffensperiode des Abtes. In zahlreichen Gedichten bedachte der Abt Freunde und Bekannte. Balterich war auch hautnah Augenzeuge der Gründung des Klosters von Tefraut, welches in nur kurzer Distanz am anderen Ufer der Leure um 1100 gegründet wurde. Mit dessen Gründer Robert von Abrissl, dem er später auf Bestellung Petronellas von Chemie, der ersten Äbtissen von Tefrauts. Ein literarisches Proserwerk, nämlich dessen Lebensbeschreibung, widmete, dürfte er persönlich bekannt gewesen sein. Balterich hielt sich aber auch des Höfteren in Thurs, Bleus Angers, Saumor und den anderen Zentren des Leure-Tails auf und verkehrte mit diversen Größen seiner Zeit allen voran Gräfin Adele von Bleus, welcher er eine längere, panegyrisch-schwärmerische Ode widmete. Besonders berühmt ist sein stellenweise amoröses Gedicht an eine Nonne namens Konstanze, welche er glühend verehrte. Im Jahr 1095 nahm er an dem berühmten Konzil von Clermont teil, auf welchem Papst Urban II., König Philipp I., von Frankreich und Bertrada von Montfort wegen Bigamie mit dem Kirchenbann belegte und zum ersten Kreuzzug aufrief. Balterich war nicht frei von Eitelkeit und Streberei. Bischof IV. von Chartre beschuldigte ihn sogar simonistischer Praktiken, weil er 1095 versucht habe, mit Unterstützung der übel beleumundeten Bertrada von Montfort den Bischofsstuhl von Orleans zu erwerben. Bei dieser Wahl ging Balterich leer aus. Im Jahr 1107 wurde er auf dem Konzil von Treus auf Veranlassung von Papst Paales II. zum Metropoliten von DOL in der Bretagne gewählt. Balterich war mit dieser Wahl in der Folge nicht zufrieden. Mit der Mentalität der brito-kelte sprechenden Bevölkerung in der nördlichen Bretagne kam er nicht zurecht, er nannte die Bretonen Skorpiones. Die weitere Lebensgeschichte Balterich ist nur fragmentarisch überliefert. Er verließ häufig seinen Bischofssitz, auf dem er sich nicht sicher fühlte, und suchte benachbarte Regionen auf ZB, die Normandie oder England. Außerdem sind drei Reisen nach Rom bezeugt. Im Jahr 1120 wurde er durch den päpstlichen Legaten seines Amtes enthoben. Er zog sich nach Saint-Samson-sur-Rille zurück. Am 7. Januar 1130 starb Balterich in Pro-Werk. Balterich von Burkiel war ein begabter Dichter, der mehrere Posa-Werke und zahlreiche lyrische Gedichte hinterließ. Mit seinem Werk stand er nach einer Zeit monastischer Weltverachtung an der Schwelle zur Wiederentdeckung antiker Autoren. Für diese Neuorientierung, die auch mit dem Schlagwort Renaissance des 12. Jahrhunderts versehen ist, sind Balterichs Arbeiten beispielgebend. Die Vielfalt der 256 Kamina, die meistens in Hexamitern oder Elegischen Distichen in nur einem einzigen Kodex überkommen sind, reichen von poetischen Kleinstformen wie Rätseln, Titeln und Epigrammen bis hin zu über ein Tausendphase umfassenden Oden. Unter anderem mit Themen der Kosmologie und Mythologie, den Großteil der Kollektion bilden aber Reimbriefe an reale oder fiktive Personen. Es dominiert dabei die Ovid-Rezeption. In dem Versuch, seinen Werken Glanz und Schönheit zu verleihen, gingen Balterich elegante Wortwahl und perfekte Metrik und Reimung über alles. Er sagte selbst, ein Lied werde unschön, wenn der Rhythmus fehle, nicht unähnlich einer vornehmen Geschichte, die Anwert verliert. Wenn sie nicht gepflegt vorgetragen wird und die ihres Adels verlustig geht, wenn sie nicht durch einen ausgefeilten Stil geschmückt ist. Bei dem Versuch, möglichst kunstvoll zu stilisieren, ging er mit seinen literarischen Vorlagen nicht immer penibel um. Mitunter neigte er zu ermüdender Breite. Trotzdem erfährt man in seinen Gedichten viele Details des damaligen Lebens, welche aufgrund der sonstigen Quellenlage unerkannt bleiben müssten. Balterichs Prosa-Werk, dem er sich vor allem in späteren Jahren widmete, umfasst die vier Bücher der Geschichte Jerusalems. Eine Chronik über den ersten Kreuzzug aufgrund der Schilderung von Augenzeugen, mehrere Hagiografien, unter anderem über Robert von Abrissel, die heiligen Valerian und Hugo von Ruin. Schließlich auch einen Brief an die Mönche von Fekamp und weitere Schreiben an englische und normannische Klöster. stadien Nagalicke. Chansons latines duixi i esil. Pierre de Blois, Hilde Batet Lavadin, Philippe Leschamps de Lier, Baudry de Bourkel, Ilère d'Orléons et Anonymes, Harmonia Mundi, 2003.